Wie wir soeben erfahren haben, ist die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie zählt zu den bedeutendsten deutschen Dichterinnen der Gegenwart. Weitere wichtige Nachrichten des Vormittags gibt es jetzt kurz und knapp in unserem News-Update. Im Burgenland sind heute Freitag erstmals seit August 2020 keine Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Auch Todesfälle werden keine verzeichnet. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist mit 14,9 pro 100.000 Einwohner die niedrigste in ganz Österreich. Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz verzeichnet derzeit Vorarlberg mit 82. Österreichweit liegt sie aktuell bei 32,9. Nach den veröffentlichten Chats zwischen dem ehemaligen ÖVP-Justizminister und jetzigen Höchstrichter Wolfgang Brandstetter und dem suspendierten Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnercheck legt Brandstetter mit Ende des Monats sein Amt nieder. Brandstetter steht als Verfassungsrichter schon länger in der Kritik, weil gegen ihn wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses ermittelt wird. 32 Jahre nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung wird es in China und auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong kein offizielles Gedenken geben. Am 4. Juni 1989 wurden damals tausende Menschen beim Massaker am Tiananmenplatz getötet. Offiziell verbieten die Behörden die Gedenkveranstaltung wegen der Corona-Pandemie. Kritiker vermuten politische Motive dahinter. Die bekannte Demokratieaktivistin und Juristin sowie Organisatorin des Gedenkens in Hongkong, Zhao Hang-Tung, wird von der Polizei festgenommen. US-Präsident Joe Biden verschärft das Vorgehen gegen chinesische Firmen mit angeblichen Verbindungen zum Militär der Volksrepublik. Biden unterzeichnet am Donnerstag eine Verfügung, auf der sich 59 chinesische Firmen befinden. US-Amerikanern soll es aber gust-dan verboten sein, in diese Firmen zu investieren. Die USA werfen den Unternehmen unter anderem vor, mit dem chinesischen Überwachungsapparat zu kooperieren. Die Familie des belarussischen Aktivisten Roman Protasewitsch erhebt erneut Foltervorwürfe gegen das Regime von Alexander Lukaschenko. Gestern war Protasewitsch in einem Interview im Staatsfernsehen zu sehen. Er gesteht sichtlich unter Druck gesetzt und mit Verletzungen Proteste gegen Machthaber Lukaschenko organisiert zu haben. Zugleich sagt er, dass er Lukaschenko bewundere. Mit teils zitternder Stimme erhob Protasewitsch auch Anschuldigungen gegen andere Mitglieder der belarussischen Opposition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017